Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Ende eines tollen Tages. Ich wollte Sie fragen, haben Sie die Quellen der Robustheit gefunden? Haben Sie einen guten Tag gehabt? War es gut investierte Zeit? Ich verzichte auf eine Zusammenfassung, die hat Susanne sehr treffend formuliert. Wir erinnern uns, die Seite hat einen heroischen Sieg im Fußball gefeiert. Ich denke, das wird uns allen in Erinnerung bleiben. Mir bleibt der Dank an unser Team, an meine große Esprit-Familie. Da helfen ganz viele Leute im Hintergrund mit, dass dies gelingen kann. Dann auch der Dank an den Stiftungsrat und nicht zuletzt, ganz wichtig, unsere Sponsoren, Hosts und Partner. Denn ohne diese Leute, ohne diese Leistungen wäre das alles überhaupt nicht möglich. Also ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie jetzt noch die Person auf Ihrer linken und Ihrer rechten Seite heute neu kennengelernt haben, ich denke, dann war es gut investierte Zeit und Sie haben wieder Partner gefunden. Ich denke, wenn es Ihnen gut gefallen hat, möchten Sie das nächste Jahr wiederkommen. Und darum verteilen wir im Ausgang kleine Tickets. Sie können sich nämlich ab heute schon wieder fürs nächste Jahr anmelden. Und die ersten 100, die kriegen 100 Franken eine Gutschrift, einen Rabatt und erst noch einen reservierten, schönen Sitzplatz fürs nächste Jahr. Also stürmen Sie die Kärtchen, melden Sie sich an. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch nächstes Jahr begrüßen dürfen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Im Anschluss findet gleich noch ein Apparat statt. Wir wollen etwas über den Tag sprechen, uns noch ein bisschen austauschen, vielleicht bei einem guten Glas Wein. Alle, die schon nach Hause müssen, weil sie vielleicht einen weiteren Heimweg haben, sagen wir à bientôt. Wir freuen uns, wenn wir Sie am 6. März 2014 hier im KKL wieder begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. Applaus